Hey ihr Lieben, so kleiner, spontaner Vlog. Ich bin nämlich heute auf einer Schnüppel-Party von Foodsharing, wo wir gemeinsam ganz viele Lebensmittel, die gerettet sind, verarbeiten und dann gemeinsam essen. Es läuft eigentlich so ab, Foodsaver haben Lebensmittel gerettet und haben die mitgebracht und heute werden die hier gemeinsam verarbeitet und dann wird das gemeinsam gegessen und ich zeige euch heute die Eindrücke. Musik 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 Musik